Zugegeben hierauf habt ihr wirklich ein bisschen zu lange warten müssen. Hallo und herzlich willkommen hier bei The Knife Pub und zu einer Vorstellung, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und ausnahmsweise trifft das mal zu, wenn man sagt, viele von euch wollten wissen. Denn ja, dieses Messer hatte ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal irgendwo auf so einem wunderschönen Hank. Ganz unauffällig im Hintergrund platziert beim ein oder anderen Video in letzter Zeit. Und tatsächlich haben einige von euch gefragt, was das denn ist. Und heute lüfte ich endgültig das Geheimnis, das ich aber hier und da schon mal in einem YouTube Short Video angeteasert habe. Ich stelle euch heute mein allererstes Messer von Heidi Blacksmith vor. Ganz ausnahmsweise gestatte ich mir allerdings noch ein kleines bisschen auszuholen und ein paar Leute zu grüßen. Zum einen den lieben Ben, Story of my Knife, Felix, Dirk und natürlich Heidi selbst. Denn mit diesen Herren durfte ich ein wunderschönes Wochenende verbringen. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her. Die Zeit rennt, das ist wirklich wahnsinnig. Und ich glaube, das Ganze ist so ein bisschen aus Bens Mist gewachsen, wenn ich das mal so sagen darf. Und der hat mich dann auch eingeladen dazu. Und das war wirklich eine wundervolle Zeit. Und wenn man da zu Gast ist bei jemandem, der Messer baut, dann gehört sich das ja auch, dass man was Schönes mit nach Hause bringt. Und ich denke, dass es mir definitiv gelungen mit diesem wunderschönen, kompakten Fixblade, das in meinen Augen natürlich wieder kilometerweit vorausschreit, ich bin von Heidi gefertigt. Das sieht einfach nach ihm aus. Das fühlt sich nach der Qualität an, die er baut. Und das Ding macht einfach nur Freude. Zu Beginn war ein bisschen unklar, was denn so mein Ziel ist, wenn ich da hinfahre und zum lieben Heidi. Denn ich hätte mir auch durchaus live vor Ort einen Heidi bauen lassen können. Das hat der Felix dann gemacht. Und ich war irgendwie so unentschlossen. Das hatte dann damit zu tun, dass mir Heidis Designs einfach generell extrem gut gefallen. Und dann hatte ich irgendwie nicht die zündende Idee, als es dann soweit war, dass es möglich gewesen wäre. Dementsprechend habe ich mich dann so im lagernden Bestand umgeschaut. Und ich hatte wirklich Glück, denn der liebe Heidi hat mal wieder eine ganze Rutsche Messer fertig gemacht, die ihr dann zukünftig bei der Knife Lounge erwerben könnt. Da bin ich mir relativ sicher, dass da demnächst mal wieder irgendwas auftaucht. Ich verlinke euch auf jeden Fall schon mal den Link zur Knife Lounge selber unter der Kategorie Marke Heidi Blacksmith. Schaut da einfach regelmäßig mal vorbei, wenn ihr scharf auf eins von Heidis Messern seid. Denn ansonsten sind das natürlich Einzelanfertigungen, ganz klare Kiste. Ihr könnt auch nach wie vor immer noch Kontakt zu Heidi aufnehmen und euch ein Custom einfach nach eurem Gusto bauen lassen. Aber so oder so, wie gesagt, ich hatte die Qual der Wahl, denn da lagen einige schöne Messer. Und das ist es dann geworden, aus mehreren Gründen, glaube ich. Irgendwie wollte ich gar nichts allzu Wildes, denn da waren auch wunderschöne, wilde, kreative Kreationen dabei. Die waren dann allerdings auch nicht unbedingt in meinem Budget, denn das spielt ja nach wie vor immer eine große Rolle. Wobei ich sagen muss, dass im Bereich von so wunderschön detaillierten Custom Messern der Heidi definitiv nach wie vor eine große Adresse ist. Eine sehr empfehlenswerte Adresse, denn ich denke, der liebe Herr, so nett wie er ist, und das meine ich ganz ohne jede Form der Ironie. Ich glaube, egal wen ihr fragt, der Heidi schon mal getroffen hat, es wird durchweg Positives berichtet. Und das kann ich hier auch einfach nur weiter hochhalten. Das ist ein wunderwundervoller Mensch. Das ist nicht sein Ding, da den höchstmöglichen Preis dran zu schreiben. Natürlich möchte der liebe Heidi auch ein paar Euros haben, wenn er solche Messer baut. Aber wenn ich mir angucke, was man so bezahlt, was man so blättert, dahin blättert, wenn man sich ein Serienmesser aus Deutschland kauft, nur weil es in Deutschland gefertigt ist, und das dann mal vergleiche mit so einem Messer, das dann so roundabout, sage ich mal so, um die 200 Euro geht es los, kostet, dann ist mir doch dieses Einzelstück von dem Typen, mit dem ich leckeren Bierchen trinken konnte und mich gut unterhalten habe, 20.000 Mal lieber. Das ist natürlich immer im Ermessen des Käufers. Nichtsdestotrotz ist das mal wieder ein wundervolles Beispiel dafür, dass man auch in Deutschland schöne, schöne Custom Knives kaufen kann, ohne sich finanziell komplett zu verausgaben. Dieses Messer fand ich allerdings nicht nur optisch cool, denn es stand natürlich auch noch die Gesetzesverschärfung im Raum, die ja jetzt teilweise abgeräumt ist, teilweise nicht. Und das Ganze kommt mit einer Klingenlänge von 5,6 cm aus. Dementsprechend wäre das auch bei der 6 cm Regelung für feststehende Messer weiterhin ein legal führbares Messer gewesen. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt so kurz, bevor sich sowas ändert, ein Fixblade kaufe, dann doch besser eins, das ich tatsächlich dann auch führen darf. Ganz generell muss ich ja sagen, ist mein Sweetspot, so was alltägliche Aufgaben angeht, dann eher so zwischen 7 und 8,5 cm Klingenlänge. Aber dadurch, dass das Teil so wahnsinnig schön in der Hand liegt, muss ich sagen, fehlen diese 1,5 cm tatsächlich überhaupt nicht. Ich persönlich trage das Ding unfassbar gerne und ich denke, das sieht man auch mittlerweile schon hier, das schwarze Micata. Das fängt hier schon so langsam an zu leben. Ich persönlich mag das ja sehr, der eine oder andere hat das gern clean, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich finde aber, dieser ruffe Look, der passt einfach zu diesem Messer ganz besonders gut. Und auch gerade hier mit diesem schönen Pattern, das Heidi dann noch in den Griff gearbeitet hat. Ich meine, es sind Carbon-Pins, die hier klassischerweise eingesetzt werden. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, hier noch so ein kleines Lanyard dran zu machen. Das brauche ich allerdings nicht wirklich. Also ich habe eine Large-Sized Hand in Handschuhen, kann daher auch wirklich easy noch mit allen vier Fingern dran. Und der Daumen landet hier vorne auf einem wundervollen, funktionalen Gymping. Das seht ihr hier wirklich ordentlich. Ja, und das finde ich gerade bei so einem kleinen Messer wirklich schick. Was auch dazu kommt, ja, man hat hier Fingermulden im Griff. Das bedeutet, es wird einem so ein bisschen diktiert, wie man dieses Messer hält. Aber auch das genieße ich bei so kleinen Messern sehr, weil dann einfach die Kontrolle trotzdem da ist. Also es gibt ja das eine oder andere kleine Fixblade, das man in der Hand hat und dann so denkt, oh, hoffentlich geht mir das nicht jetzt hier mitten im Job irgendwie in eine ungewünschte Richtung. Und das hat man hier bei diesem Heidi einfach gar nicht. Ja, des Weiteren natürlich die Klinge wie immer bei Heidi, wunderschön bearbeitet. Auch das sieht wieder rough aus, genau mein Geschmack. Und wir haben hier das B eingestanzt für Blacksmith. Auch wenn dem einen oder anderen die Geschichte durchaus geläufig ist, wiederhole ich sie nochmal sehr gern. Ja, denn genau wie ich hatte auch der Heidi allerdings schon deutlich früher die Idee, seine Messer so ein bisschen zu personalisieren bzw. zu kennzeichnen, indem er diese schönen Stempel hier benutzt. Und ursprünglich war das mal der Stempelbuchstabe H. Ja, dann ist es nur leider irgendwie passiert, ich weiß nicht genau wie, ich gehe mal da schwer von aus, dass das was mit Stress und Zeitdruck und nicht richtig nachgedacht zu tun hat, dass der liebe Heidi eine bereits gehärtete Klinge gestempelt hat bzw. ja, dann eben halt nicht gestempelt hat. Die gehärtete Klinge hat dann gegen diesen doch sehr weichen Stempel gewonnen und danach war das H schlicht und ergreifend nicht mehr nutzbar. Und dann ist Heidi halt auf das berühmte B umgestiegen. Deshalb liebevoll gibt er jetzt nur noch B-Ware raus. Natürlich wäre es jetzt ein leichtes gewesen, sich einfach einen neuen Stempelsatz zu kaufen und das H weiter zu nutzen. Aber ich finde, das beschreibt einfach so gut, wie Heidi ist, dass er dann auf das B umgestiegen ist und dass ihm das ja vollkommen Schnuppe war. Und ja, auch das hat sich ja mittlerweile seit einigen, einigen Jahren wirklich mehr als etabliert und ist bekannt in der Szene. Ich liebe es sehr. Das Ganze kommt hier mit einer schönen kleinen Kaidex, die wirklich dafür ausgelegt ist, das Ding einfach so in die Hosentasche zu schmeißen. Natürlich hast du hier Nieten, das sind allerdings etwas kleinere als gewöhnlich. Das heißt, du musst hier wirklich gucken, je nachdem, was du dran schmeißen möchtest, ob das Ganze überhaupt passt. Ich glaube, die sind vom Durchmesser einfach etwas geringer als bei anderen Modellen. So oder so, ein Messer mit diesem Profilblick hier auf den Rücken geschaut, das ist für mich prädestiniert, um einfach so in der Hosentasche zu landen. Und das tut es auch immer und immer wieder. Die Kaidex ist vernünftig, die macht der Heidi auch dann jedes Mal direkt selber. Eine kleine Daumenrampe gibt es leider nicht. Dafür allerdings hier mehr oder minder so ein Mini-Abstand, der dann, wenn auch ungeplant, ziemlich gut als Daumenrampe fungiert. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man es noch nicht weiß. Man sollte nicht zwangsläufig den Zeigefinger hier vorn hinlegen und dann das Messer einfach rausreißen. Das ist dem Ben Peterson, glaube ich, passiert auf der Knife, weil diese Biegung der Kaidex hier nochmal ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, er ist dann hier mit dem Zeigefinger so ein bisschen hängen geblieben und hat sich die Klinge dann hier mal so ganz ein bisschen wirklich nur zu Gemüte geführt. Das sollte man einfach wissen. Aber wenn man das weiß, dann ist es vollkommen egal. Also ich persönlich, wie gesagt, nutze hier diese kleine Ecke, um die Kaidex dann so zu öffnen. Gar kein Problem. Lieb ich sehr. Ist ein kleines Detail, auf das man einfach achten sollte. Und apropos kleine Details. Der Heidi hat es sich nicht nehmen lassen, während Ben, Felix, Dirk und ich da irgendwo ein Bierchen getrunken haben und irgendeinen Quatsch erzählt haben, hier nochmal so kleine Prideys zu bauen. Also kleine Heidi-Prybars. Ich denke, das war mal wieder eine klassische Wortschöpfung vom lieben Ben. Pridey passt einfach perfekt. Was auch perfekt passt jetzt bei mir natürlich auf jeden Fall. Ich glaube allerdings auch bei dem Messer, das Felix sich hat bauen lassen, ist das Pattern, was der Heidi da drauf gezaubert hat. Das geht natürlich Hand in Hand hier mit diesem wunderschönen MyKatergriff an meinem Messer. Generell ein super, super cooles Ding. Und nochmal, das hat der Heidi mal eben so nebenher gezaubert und dann gleich drei Stück. Einfach Wahnsinn. Die Gesamtlänge des Messers liegt dann irgendwo so bei 14,5 Zentimetern. Zum Vergleich hier nochmal zwei andere kleine Fixed, die ich auch sehr gerne getragen habe, beziehungsweise noch trage. Zum einen hier oben das Giant Mouse GMF1F und unten das CRKT Minimalist. Und daran hat mich das auch so ein bisschen erinnert. Natürlich ein deutlich hochwertiger, aber ihr seht schon so ein paar gewisse Ähnlichkeiten. Grooves in den Fingermulden. Eine Klinge, die eine ähnliche Größe hat. Und erinnert meinte ich jetzt auch in dem Sinne wirklich nicht als irgendwie designtechnische Erinnerung, sondern einfach so vom Feeling, dass dieses Messer ausstrahlt. Und dann kommt das Ganze für mich persönlich natürlich noch deutlich hochwertiger, qualitativ schöner und detailfreudiger daher. Dass diese beiden wunderschönen Tools, also die Pridey und auch das Messer, jetzt natürlich oft im Partner-Look durch die Gegend reisen, das könnt ihr euch schon denken. Kombinierbar ist das natürlich aufgrund seiner schlichten Farbgebung mit unendlich vielen Sachen. Das kann Herbst, das kann Winter. Aufgrund der Maß und dem geringen Gewicht kann das Ding allerdings auch. Sommer in kurzer Hose. Das ist ein Allrounder. Ich freue mich jetzt schon drauf, das die nächsten Jahre altern zu sehen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Teil in zehn Jahren aussieht. So oder so bin ich begeistert von dem Teil. Lass du mich mal gerne wissen, was du davon hältst. Und ja, jetzt liegt hier nicht aus Spaß die ganze Zeit Bukowski rum. Ich möchte so ein bisschen zum einen das mal als Buchtipp rausgeben, wer das Teil noch nicht gelesen haben sollte. Es liest sich einfach so weg. Es wird wirklich schöne Kurzgeschichten von Bukowski. The Captain is out to lunch and the sailors have taken over the ship. Es wird eine schöne Sammlung von wirklich lustigen Geschichten in einer Art von Tagebuch zusammengefasst. Kann man so weglesen. Es ist herrlich. Also jedenfalls, wenn du Bukowski magst, dann ist das Ding was für dich. Und das Wochenende war wirklich nicht nur Messer bauen. Es war mal wieder dieses typische... Es ging zwar um Messer. Messer haben uns irgendwo dahin gebracht, wo wir gerade stehen, zumindest gemeinsam. Aber es ging wieder um so unzählige schöne Dinge. Ich zehre auch jetzt noch von dem Wochenende. Und ja, auch wenn atypisch hier für mich. Eine Buchempfehlung sowieso, atypisch, aber auch Musik. Hört euch doch nochmal hier von CD Nummer 2, das Lied Nummer 8 an. Hier kam's The Sun. Der eine oder andere, der schon mal bei Heidi zu Hause war, der weiß, dass das da irgendwie auch so ein bisschen zum Credo des Hauses gehört. Und das macht mich persönlich immer wieder happy über das Lied. Das jetzt natürlich auch nicht erst seit dem Wochenende bei Heidi. Aber ich habe seither tatsächlich des Öfteren daran gedacht. und habe mir den ein oder anderen Sonnenstrahl nochmal abgeholt, wenn der Tag vielleicht ein bisschen mies war. Haut's in die Kommentare eure Gedanken. Zu meinem ersten Heidi habe ich mich hier vergaloppiert. Hätte ich was Größeres gebraucht? Oder ist das genau richtig, was ich hier habe? Die Antwort für mich kenne ich natürlich schon. Ich bin aber auch auf deine Meinung dazu gespannt. Mir bleibt gar nichts mehr übrig, außer Danke zu sagen. Ben, Felix, Dirk und natürlich Heidi. Danke für dieses wunderschöne Wochenende. Ich hoffe, das machen wir bald mal wieder. Und ich freue mich schon drauf, euch vielleicht dann bald noch mein zweites Heidi vorstellen zu dürfen. Danke, wie immer, dass du eingeschaltet hast bei The Knife Pub. Denk dran, das kann helfen. Und das macht gute Laune. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao. So, und ob man das jetzt hier noch retten kann oder nicht, das verrät uns der Heidi. Zeig mal, was du daraus zauberst aus dem Quatsch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir noch einen Tag. Ich wünsche dir noch eine Minute. Sie ist mir sehr örtlich. Ich wünsche dir noch ein, was ich aber mache in der Harriet-Kommung. Ich wünsche dir noch eine Lange. Sie templhill, noch ein horателей... Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich päinimal wieder schlesair, hat gar nicht wehgetan so schnell kann man gar nicht filmen wie der heidi hier so ein messer rettet da das ein 1095er karbonstahl ist zack einfach bruniert das sieht irgendwie so aus als wäre das genauso aus der werkhalle gefallen danke heidi